Frieden und Segen für alle von euch. Ich bin Michael B. Beckwith. Seit vielen Jahren bin ich Lehrer für spirituelles Wachstum und Entfaltung. Und heute möchte ich mit dir über das Gesetz der Anziehung sprechen und darüber, was in diesem speziellen neuen Paradigma als nächstes kommt. Heutzutage kennt fast jeder das Gesetz der Anziehung. Du richtest deine Aufmerksamkeit auf etwas, du stellst es dir gedanklich vor, du spürst es, als wäre es schon Realität und somit verwirklichst du es. Das ist der erste Schritt hin zu spirituellem Wachstum und Entfaltung und es ist ein gutes Grundniveau, ein Anfängerniveau, um zu lernen, deine Aufmerksamkeit kontrolliert beherrschen zu können. Es gibt jedoch etwas außerhalb deines gegenwärtigen Paradigmas, das du derzeit nicht erkennen kannst und hinter dem sich unglaubliche Gaben verstecken. Doch wie gelangen wir dorthin? Wir ermöglichen uns Zugang durch die Erschaffung einer Vision. Das Gesetz der Anziehung basiert hauptsächlich auf Visualisierung, was eine gute Anfängerübung ist. Visionisierung ist der nächste Schritt. Es geht nicht darum, dass du dir vorstellst, was du willst. Es geht darum, das zu greifen und anzunehmen, was schon in dir steckt und darauf wartet, ins Leben gerufen zu werden und herauszukommen. Du bist grenzenlose Liebe und Intelligenz. Oft passiert es, dass du die Dinge visualisierst, die andere dir vorgeben. Dies kann von der Gesellschaft beeinflusst werden oder davon, was gerade beliebt ist. Aber bei Visionierung geht es nicht um Beliebtheit oder aktuelle Ereignisse. Es geht um die Signatur deiner Seele. Es geht darum, was in dir steckt und zum Vorschein kommen soll. Und manchmal ist es Schock und Überraschung zugleich, da es über das Paradigma hinausgeht, das derzeit dein Leben bestimmt. Es ist der nächste Schritt hin zu deiner Entfaltung und dazu lade ich dich ein. Ich höre Geschichten von Teilnehmern, die mir erzählen, dass sich ihr Leben durch meine Beteiligung und ihre eigene Entfaltung und die Teilnahme an meinen Kursen, bei denen ich direkt Kontakt mit ihnen hatte, änderte. Wenn ich das nicht tun könnte, dann wäre es ja bedeutungslos. Ich bin hier, um zu dienen und ich liebe mein Leben. Du bist gerade dabei, dich mit Hilfe eines fünfwöchigen Kurses auf das Abenteuer deiner Entfaltung einzulassen. In der ersten Woche eignest du dir grundlegendes, dynamisches, transformierendes Wissen an, das du für die ersten vier Wochen brauchst. In der ersten Woche wirst du lernen, das Opferbewusstsein zu verstehen und wie du dieses vielleicht sogar versehentlich unterstützt. Dann geht es in die nächste Woche, in der du ein besseres Verständnis dafür bekommst, wie du Dinge in deinem Leben zur richtigen Zeit in deinem Leben verwirklichst. Dies geht in eine sehr kraftvolle Phase über die Stufe des Mediums. Das bedeutet, dass du die Bewegung des Flows verstehst. Du verstehst den Begriff Zone, du verstehst es, ein Medium zu sein, indem du über dein aktuelles Paradigma hinaus schaust und das Leben durch dich leben lässt. Du wirst ein tieferes Verständnis für die vierte Phase bekommen, die Phase des Daseins. Hier erkennst du, dass du untrennbar mit all dem Guten verbunden bist, das überall existiert. Kurzum, bereite dich auf einen Durchbruch vor. Bereite dich auf Begegnung vor. Bereite dich auf wahre Transformation vor. Und nicht nur auf einen einfachen Wechsel, nur um irgendetwas zu verändern, sondern tatsächliche Veränderung. Gehe über deine gegenwärtige Lebensgestaltung hinaus, hin zu etwas, das jenseits deiner wildesten Vorstellungen liegt. Hör mir genau zu, denn dies fällt dir vielleicht schwer zu glauben. Du musst dich nicht jetzt direkt entscheiden, aber sei dir bewusst, dass wenn du dich entscheidest und du an den Punkt gelangst, an dem du genau weißt, was du wirklich in deinem Leben willst und weißt, dass dieser Weg dorthin führt, dann sage ich dir, Mindvalley hat eine unglaubliche Garantie. Wenn du mit dem, was dir geboten wird, nicht zufrieden bist, dann bekommst du dein Geld komplett zurück, bedingungslos. Es gibt also keinen Grund, dich nicht anzumelden. Das ist eine Garantie. Wenn es dir nicht gefällt oder nicht zu dir passt, bekommst du dein Geld zurück. Und weißt du was noch? Mindvalley hat einen preisgekrönten Kundenservice. Man kümmert sich um dich. Du wirst persönlich betreut und bekommst direktes Feedback über deinen PC. Was ist besser als das? Nichts. Ich kann es kaum erwarten, dich im Kurs willkommen zu heißen. Es wird dein Leben verändern. Du wirst es lieben. Wir sehen uns dort.